In Berlin liebe ich, dass jeder sein darf, wie er will. Und ein Grund, warum ich damals nach Berlin gezogen bin, ist, dass eine Freundin, die hier schon gelebt hat, mir erzählt hat, dass man im Schlafanzug Brötchen holen gehen kann und im Schlafanzug mit der U-Bahn fahren kann und das gar keinem auffällt. Und da dachte ich, das ist die Stadt, in der ich leben will. Mein Name ist Katrin Limburg und ich bin die Gründerin vom Gebrüder Fritz. Zum Gebrüder Fritz gehört unsere Location in Charlottenburg und unsere zweite Location in Berlin-Mitte, das Kalfritz. Das Geschäftsmodell vom Gebrüder Fritz ist, dass ich sozusagen meine Liebe zur Altbewohnung zum Beruf gemacht habe. Wir vermieten momentan erstrangig an Werbung, an Werbeproduzierende in Berlin, die momentan nicht reisen dürfen. Aber unser Kerngeschäft sind normalerweise Marketing-Events und Workshops mit einem besonderen Flair. Das Thema Renovierung und immer wieder sich neu erfinden, ist auch Teil des Hobbys zum Beruf machen. Ich bin gelernte Marketing-Kommunikationswirt und das heißt Design in Einrichtungen habe ich nie studiert. Das kommt auch aus dem Bauch raus und wo ich glaube, was meinen Kunden gefallen könnte, den vielfältigen Kunden, Männern, Frauen, älteres Publikum, jüngeres Publikum. Ja, da muss man für alle irgendwie immer flexibel bleiben und wir gestalten fast jedes Jahr um. Manche Räume liebe ich so sehr, die bleiben dann doch mal gleich, aber ansonsten wird jedes Jahr zum Jahresende der Raum umgestaltet. Unsere Aufgabe hier im Gebrüder Fritz ist die Umgestaltung. Die wird stetig mit Farben und Paneelen, Sockel leisten. Also wir ändern hier laufend eigentlich die Räumlichkeiten um für Produktfotografien und für Werbeaufnahmen, Filme. Hier werden auch Filme gedreht. Da ist es ganz wichtig, dass wir ganz schnell reagieren und immer praktisch dem Fritz ein neues Aussehen und Outfit verpassen. Ein ganz großer Teil beim Thema Renovieren haben natürlich die Wände. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, investiere in Wände und Böden, weil dann ist es egal, was du reinstellst, auch wenn du nur wenig reinstellst, es wird toll aussehen. Wände sind wie Menschen, sie möchten gut gekleidet sein. Die Produkte von Noël Maquel, die helfen uns hier ganz besonders, die Räumlichkeiten stark zu verändern, dem Fritz immer wieder ein neues Aussehen zu verpassen und für die Kunden vor allen Dingen eine neue Kulisse zu schaffen. Also für uns von NMC war klar, dass wir mit der Marke Noël & Marquet, nachdem wir hier im Gebrüder Fritz schon eine Partnerschaft hatten, diese Partnerschaft dann auch auf das Karl Fritz ausweiten und dann auch noch festigen und aus einer begrenzten Zeit ist jetzt quasi eine unbegrenzte Partnerschaft geworden. Im Gebrüder Fritz und auch im Karl Fritz in Berlin-Mitte haben wir Leisten von Noël & Marquet und die verändern den Raum natürlich komplett. Das Karl Fritz ist ja hier neuer und ist gerade erst frisch und zum ersten Mal renoviert worden und Leute, die die Fläche noch von früher kennt und hier reinkommen, denken manchmal, dass sie in einem anderen Stockwerk sind, weil es natürlich einen komplett neuen Look bekommen hat. Ja und wie das alles aussieht, findet ihr unter www.gebrüderfritz.com Also, ich habe realisiert, da er wird mit einer Zukunft einstellen, was die Fläche noch nie zurzeitiformijer sind. Also, ich bin einýchterer, die Fläche noch nicht auf das Spielendrache sind heute zurzeit tension, ich habe es geschafft, dass auf das Spielendrache sind jetzt schon wieder, Oder wie auch hier in der Art von Mechat Balance,